Kannst du mich nicht unter... Du kennst dich doch mit Waffen aus. Hast du so ein Wurfmesser schon mal gesehen? Ja? Verdammt, ich überlege gerade. Das Messer nicht. Aber die Insignien darauf kommen mir irgendwie bekannt vor. Es geht um den überfallenen Trupp, der dieses eine Buch zur Akademie bringen sollte, richtig? Genau. Neuigkeiten verbreiten sich scheinbar schnell. Irgendeiner der Berserker hat mal einen Haufen gebrauchter Waffen mitgebracht. Darunter waren auch zwei Äxte mit dieser R- und S-Gravur. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Frag daher mal Oskar. Ich hoffe, er hat sie noch nicht eingeschmolzen und weiß noch, wer sie ihm gebracht hat. Kennst du dich vielleicht besser mit Gravuren und Insignien aus? Ich habe hier auf diesem Messer dieses R und S identifiziert, weiß aber nicht, wofür es steht oder zu wem es gehört. Du kennst die Insel mit ihren Leuten. Ist dir da sowas mal unter die Augen gekommen? Kein Name unserer Schmiede hier beginnt mit einem dieser Buchstaben. Auch habe ich sie weder in der Stadt noch unter meinen Leuten irgendwo gesehen. Bist du sicher, dass da nicht einfach irgendjemand sein Jagdmesser personifiziert hat? Ja, es gibt noch mehr davon. Es sind außerdem Wurfmesser. Wie gesagt, ich kenne es nicht. Und nun entferne dich. Ich habe hier noch zu arbeiten. Wie gesagt, ich kenne es nicht. 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 Ajax schickt mich. Du musst deine Waffenbestände nach zwei Echsen durchsuchen, in die R und S eingraviert ist. Ajax sagst du, ja? Trainiert er gerade oder warum kommt er nicht selbst? Genau, irgendwas war da. Also schau mal, ob du die noch hast und sag mir, von wem du sie hast. Ach, eine Pause könnte ich wohl vertragen. Schau in einer Stunde mal vorbei. Es ist doch nichts Neues. Mit vielen gefährlichen Viechern. Lass uns kämpfen. Nun gut, lass uns kämpfen. Lass uns kämpfen. Lass uns kämpfen. Untertitelung des ZDF, 2020 Hey! Okay, mach dich bereit. Ich hoffe, du enttäuschst mich nicht wie all die anderen. Wir werden sehen. Auf einen guten Kampf. Bereit? Da ist nichts zu holen. Wer geht denn da schon freiwillig hin? Einige Probleme erledigen sich von selbst. Mein guter Kampf. Unfassbar. Du hast es voll drauf. Hätte nicht gedacht, dass mich überhaupt jemand schlagen kann. Aber du hast Glück. Ich habe heute einen guten Tag. Ich werde wohl noch mehr trainieren müssen, wenn ich dich schlagen will. Was ist mit der Belohnung, die du versprochen hast? Ja, ja. Hier hast du die Münzen. Verdammte Ehrenschulden. Riesig. Mit vielen gefährlichen Viechern. Wer geht denn da schon freiwillig hin? Seit... Hey, du! Was willst? Ich wollte Endwinnen. Ich wollte Endwinnen. Ich wollte Endwinnen. Ja, da bist du ja. Ja, also hast du was für mich? Das kommt ganz darauf an. Worauf? Du gehörst nicht zu uns. Und da kostet so eine Information eben. Wie viel? 2000 Roperie. Du willst mich verarschen, oder? Nein, kannst und gar nicht. Ich hab schon mitbekommen, wie du hier Leute ausfragst. Scheint dir also wichtig zu sein. Vielleicht sollte ich mit Ajax darüber reden. Ob es ihm gefallen wird, wie hier Gäste behandelt werden? Ja, mach das. Komm wieder, wenn du mein Geld hast. Na schön, du Geizkragen. Soll es dir im Rachen stecken bleiben? Es geht doch. Hätten wir auch schneller haben können. Sag mir einfach, was du weißt, bevor ich mich vergesse. Nur die Ruhe. Die Waffen stammen von getöteten Banditen, die eine von Wolfgars Eisenerzlieferungen abfangen wollten. Der Berserker, der mir die Äxte gebracht hat, wurde ins Ödland geschickt und ist wahrscheinlich tot. Mit ihm wirst du nicht mehr sprechen können. Aber die Äxte gibt es von mir noch obendrauf. Wie? Das war's jetzt. Dafür hab ich 2000 Roperie bezahlt. Das freie Lager und ich danken dir für deine Investition. Das freie Lager und ich trage. Untertitelung des ZDF, 2020 Der arme Kerl kann einem leid tun. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da ist nichts zu holen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da bist du ja. Wie sieht's aus? Konnten dir die roten Kristalle weiterhelfen? Und wie? Ich habe herumprobiert, bis ich die perfekte Mischung aus roten und blauen Kristallen gefunden habe. Problematisch war's bei der Trankherstellung. Doch jetzt weiß ich, wie man die Kraft der Kristalle in einem Trank speichern kann. Möchtest du es wissen? Nein, danke. Ich verstehe mich nicht auf die Alchemie. Diesen ersten Trank würde ich dir gerne für deine Mühen geben. Kannst du mir noch weitere Tränke herstellen? Sicher. Bring mir einfach weitere Kristalle. Alkohol haben wir zur Genüge im Kloster. Dafür muss ich dir jedoch 300 Ruperi pro Trank berechnen. Mit fünf roten Kristallen kann ich dir einen Stärketrank herstellen oder einen Trank, der deine Konstitution erhöht. Aus fünf blauen Kristallen kann ich dir einen Trank herstellen, der deine magische Kapazität steigert. Ich habe hier grüne Kristalle. Interessant. Diese können die Geschicklichkeit steigern. Aus fünf grünen Kristallen kann ich dir einen Trank herstellen, der deine intuitive Geschicklichkeit verbessert. Welche rote Kristalle... Stell mir noch einen Geschicklichkeitstrank aus Kristallen her. Hast du fünf grüne Kristalle und 300 Ruperi dabei? Hier. Hier, nimm den Trank. Ich werde wohl noch ein paar auf Vorrat herstellen müssen. Da bist du ja endlich. Was soll das denn jetzt heißen? Bist du nicht hier, um mich bei meiner Forschung zu unterstützen? Ich bin nicht dein persönlicher Assistent. Du bist nicht interessiert? Wie wär's denn mit einer saftigen Belohnung? Den Wissensschatz der Menschheit entscheidend zu bereichern reicht dir wohl nicht. Ich habe keine Ahnung, was wir finden werden, aber ich verspreche dir, dass es sich für dich lohnen wird. Na gut. Worum geht es diesmal? Pass auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier irgendwo in der Nähe Kristalle sein müssen. Mein Vorschlag? Wir suchen die nächsten Kristalle gemeinsam. Mein magisches Gespür wird mich leiten. Immer wenn jemand so etwas sagt, ist entweder ein mutierter Schattenläufer ausgebüxt oder... Ach komm schon. Zu zweit kann uns doch nichts passieren. Na gut. Aber hoffentlich finden wir hier was. Sehr schön. Sag mir Bescheid, wenn wir aufbrechen können. Es kann losgehen. Wunderbar. Dann folge mir. Ich möchte, wenn du für dich zulasten. Oh Gott, bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Warte mal! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zahlen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020